So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video in der Signalverarbeitung. Heute geht es um Frequenzbereiche. Ihr habt bisher immer das wunderbare Signal als Amplitude gesehen, das heißt quasi als Sinusschwingung. Und ja, das war sozusagen die einzige Sichtweise, die wir hatten. Heute lernen wir eine andere Sichtweise kennen, und zwar die von Frequenzbereichen. Hierzu wieder mal ein kleiner Einschub aus der Biologie, wie wir eigentlich Töne hören. Und es ist überraschend festzustellen, dass wir nicht irgendwie diese Schwingungen sehen, also wirklich hören können, sondern wir können einzelne Frequenzen hören. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Ton reinkommt, also sagen wir mal diesen 500 Hertz Ton, den wir letztes Mal gesehen haben und letztes Mal auch selber erstellt haben, dann geht der hier durch und nichts passiert, nichts passiert. Und hier drinnen, hier, um genau zu sein, liegen einige Härchen, die genau so fest sind, dass sie bei 500 Hertz anfangen, sich zu bewegen, also leicht zu schwingen. Und diese Schwingung wird dann übertragen von diesen Knochen und direkt an unser Gehirn gegeben. Und das wird dann als Sprache verarbeitet. So, die anderen Härchen hier außen, die fangen nicht an zu schwingen, weil die sind ja nicht genau 500 Hertz. Und dementsprechend muss man hier auch, naja, kann man mit diesem Härchen, also mit dem 500 Hertz Härchen, wirklich nur Frequenzen von 500 Hertz hören. Wenn da jetzt allerdings ein Ton reinkommt, der aus einer Kombination entsteht, also quasi von einmal 500 Hertz, dann schwingen diese Härchen einmal 2, oder wie viel waren es? 10.000 Hertz, glaube ich, waren es. Oder sagen wir einfach mal 20.000, wobei sagen wir 10.000 Hertz, dann kommt der Ton hier rein und direkt am Anfang fängt das hier an zu schwingen. Und dementsprechend schwingen bei diesem Ton beide Härchen. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, in diesem Signal selbst kann man oftmals gar nicht sehen, welche Härchen da eigentlich gerade am schwingen sind, aber offensichtlich funktioniert es, sonst könntet ihr mich jetzt gerade nicht hören. So, und dementsprechend müssen wir da ein bisschen anders drüber nachdenken. Denn eigentlich ist ein Signal etwas anderes. Eigentlich ist ein Signal nicht nur diese Amplitudenform, sondern auch eine Frequenzform. Ja, und das sieht dann so aus. Das heißt, das ist auch in Audacity und das werden wir uns nächstes Mal etwas genauer angucken. Und zwar sehen wir hier den Frequenzbereich. Der Frequenzbereich gibt an, wie stark jeweils die einzelne Frequenz vertreten ist. Das heißt, wir sehen hier die Frequenz 3000 Kilohertz, die ist relativ stark, also sehr, sehr stark, um genau zu sein, weil sie glühend heiß ist. Man gibt das dann immer in so einem heißen Grad sozusagen an. Rot bedeutet heiß, dass es sehr, oder viel Energie, während glühend heiß wirklich enorm viel Energie ist. Und ja, das kann man so tatsächlich sehen und so sieht man auch, was eigentlich gerade gesprochen wurde. Und so kriegen wir auch tatsächlich mal visuell sozusagen ein Bild davon, was wirklich gesprochen ist. Mit dem kann man mehr anfangen und so arbeitet im Endeffekt auch unser Ohr. Das heißt, der Frequenzbereich ist häufig besser verständlich, übrigens auch für KI oder künstliche Technologien generell oder digitale Technologien im Allgemeinen, ja, ist meistens der Frequenzbereich einfacher zu verstehen und irgendwas damit zu machen, als mit der reinen Amplitudenform. Die reine Amplitudenform gibt eigentlich nur an, wie laut das Signal ist. Ja, und dementsprechend werden wir uns dann nächstes Mal ein bisschen mehr damit noch beschäftigen. Für heute soll es das schon gewesen sein. Aber ja, nächstes Mal gehen wir dann in Audacity und schauen uns an, wie man das macht und was man da genau bei rausfinden kann. Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao.